Jetzt kommen griechisch-römische Stil. Hier trifft Kassi in der Welt mit Aras von unserem Kassel auf Mandas in Staustas. Kassi! 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 Kassi Das war's für heute. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Noch mal, noch mal, noch mal! Okay, das war noch nicht hergeblieben. Keine Tore voll sein. Erster Punkt. Für Katrin. 5 zu 1, der Zwischenstand. Die Fernschlage war noch ganz spät, da gibt es nur noch 2. Wie geht das? Es ist nur noch 1 und 2. Keine Punkte wünschen. Kaffi! 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 Eine Minute. Kaffi! Da war ein Mann, das andere. Weiter auf. Der gut ist, weiter so. Da war ein Lottenspielerpartie. Blau, Kaffi! Blau, Blau, Süd! Blau, Blau! Jawoll! 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 Wann ist mit Rot? Massiv! Massiv Rot! Wieder Fingerrot! Jawoll! Jawoll! Noch 15 Sekunden zur Pause. Und so geht es dann auch in die Bohnvermiete. Und auf geht es zu zwei Runden. Und jetzt ist es dran die Bohnvermiete. Und auf geht es dann auch in die Bohnvermiete. Und so geht es dann auch in die Bohnvermiete. Und so geht es dann auch in die Bohnvermiete. Und so geht es dann auch in die Bohnvermiete. Und so geht es dann auch in die Bohnvermiete. Und so geht es dann auch in die Bohnvermiete. Das war's, das war's. Nach 30 Sekunden. Und so endet der Kampf der giganten 30-Kibur-Unterschied zwischen den beiden und mindestens 20 Städte. 7 zu 1 gewinnt unser Gast Manders Knisskauka.